Hallo, heute ist der 24. Heiligabend. Heute machen wir das Türchen auf. Was da drin ist, zeige ich euch gleich von da an. So, das war nun heute zum Heiligabend hinter dem Türchen. Das ist, hier heißt er, Noella, wenn ich es richtig lese. So, könnt ihr euch durchlesen, was da steht. So sieht es aus. Ich werde es jetzt nochmal auf dem Drehteller zeigen. Da werde ich dann natürlich nichts zu sagen. Da wird dann Musik laufen. Aber dann könnt ihr euch ruhig nochmal in aller Ruhe auf dem Drehteller angucken. So. 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 Vielen Dank.